So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von TORIO. In der letzten Folge haben wir uns hier, das ist uns ein Feld aufgefallen und wir haben den ersten Bahnhof geschlossen. Yay! Ja. Und in dieser Folge wollten wir mal den ganzen Rahmen mal hinkopieren. Und das Gute an Ausgabebahnhöfen einfach kopieren, das ist nicht schlimm. Sehr gut. Na, haben wir jetzt schon alle fertig? Nicht da oben, da fehlt noch was. Hat ja nicht so lange gedauert. Da bauen wir mal ganz kurz hier was. Ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen. Ich weiß uns für noch ein Modul haben. Jetzt haben wir erst genügend Platz, um hier ein paar einzulagern. Wir müssen ja hier drüben noch ein paar haben. Oh. Oh. paper Das war's. Ach wie schön, endlich mehr Produktion hier. Hier fielen mir auch die Warenhäuser. Die Anbindung steht soweit, würde ich mal behaupten. Na, was sagt LTN dazu? Wir haben Opferplatten im Angebot, es werden mehr, die heißen alle gleich, das ist nicht so gut, der ist auch gleich, würde das bloß bisher funktionieren. Jetzt kümmern wir uns mal um da unten. Aber da brauchen wir keine Öfen. Wurschen brauchen wir ja auch nicht mehr so viele. Jetzt sagt er nicht Stromnetz, sagt es. Wurschen brauchen wir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier fehlt definitiv noch ein Balancer. 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 So, wo habe ich nochmal ein Upgrade-Planbuch? Eins, zwei. Mach das mal ganz so, dann sollte es passen. Hmm. Hmm. Wir können das auch ganz so weiter noch umbauen. Wir können das auch ganz so weiter. Ich muss mal ganz kurz unterrechnen, wir sehen uns auch ein Minecraft. So, da bin ich hier. Ah, falls ihr euch fragt, ja, wie es immer so ist, ne? Also, grundsätzlich, wenn du in der Aufnahme bist, was passiert richtig. Alle Leute wollen auf einmal was von dir. Ist der Wahnsinn. Also, wie ich das sehe, kann ich mit einem zwei machen. Das würde ich auch gerne ausprobieren. Was würde das bedeuten? Ich brauche ja gar nicht so viele Bahnhöfe. Ich habe die ja mal auf Verdacht hier einfach nur hergeklatscht, ne? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Okay. Da hab ich auch nicht genug von. Naja, da muss ich die wahrscheinlich gleich überbauen. Das Erzfeld. Das Erzfeld. Das Erzfeld. Das Erzfeld. Ja, ich würde mit einem Bahnhof zwei versorgen. Das Erzfeld. 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 Mal Life. Oh. Das kommt hier. so ein Duva Bahnhof hin. Wo haben wir es? Ltn-Kombinator. Habe haben wir wahrscheinlich nicht. Sechzehntausend. Sechzehntausend. Fünf und fünf habe ich drinnen. Sonst nix, ne? Dann sag ich mal... Minus... 72.000. Und Du heißt... An... Eins. Habe ich da sonst was anders gemacht? Ich guck mal noch... Habe ich da sonst was anders gemacht? Ich guck mal noch... Habe ich... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020